Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ja auch mal klein, ein Junge ging zur Schule in die achte Klasse und wir haben schon über das Thema Säuren gesprochen im Chemieunterricht. Der Chemielehrer war schon etwas älter, vom alten Schot und Korn, und wir liebten ihn auf unsere Weise. Wir hatten vor ihm furchterliche Angst. Herr Rademacher, nun kommt Herr Rademacher eines schönen Tages in die Klasse und fragt, kennt ihr die stärkste Säure? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.